Hallo und guten Tag, meine lieben Freunde. Dies ist eure persönliche Weihnachtsgeschichte von Bedan. Es war ein Hund, der hieß Jingle. Und nun geht es los. Jingle, bellt, Jingle, bellt, da, 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 da. Ja, und dann bellt Jingle plötzlich. So, meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr. Bis dann, euer Peter.